Im 18. Jahrhundert soll in dem Dorf Elsen nahe Paderborn ein einäugiger Bauer namens Anton gelebt haben. Dieser wurde der elsische Junge genannt. Der elsische Junge soll ein Seher gewesen sein. Du findest Auszüge von seinen Schauungen unter schauungen.de, aber auch unter Alois Irrmeier-Wiki-Prophezeiungen. Ich konnte über ihn aber keine Vita finden und auch kein Foto bzw. eine Zeichnung. Übermittelt ist, dass dieser einäugige Bauer mit dem Namen Anton Folgendes geschaut haben soll. Zitat Wenn im Kloster Abdingshof Soldaten liegen, die lange Stangen tragen mit Feenlein dran und diese aus dem Kloster abziehen, dann ist die Zeit nah. Auf dem Bocke wird man Häuser von Neuhaus aussehen können und ein Dorf wird zwischen Paderborn und Eisen angelegt. Wenn man einen breiten Weg durch das Feld bauen wird, der nicht fertig werden wird, bis die guten Zeiten kommen, dann wird es schwere Zeiten geben. Seine Schuhriemen loszubinden, so nahe wird der Helfer sein. Vom Libori-Berg aus wird man die Stadt beschießen wollen. Doch nur eine Kugel wird treffen und ein Haus wird dem Kampe im Brand stecken. Das Feuer wird jedoch bald getilgt werden. Die Franzosen werden als Freunde kommen. Solche mit blanker Brust reiten zum Westerntore herein und binden ihre Pferde an die Bäume des Domhofs. Zum Gierschtor hinein werden Soldaten kommen in grauen Rücken mit hellblauen Aufschlägen. Sie werden aber nur hineinblicken und dann sogleich wieder zurückziehen. Am Bocke steht ein großes Heer mit doppelten Zeichen, das die Gewehre zu Haufen gestellt hat. Der Feind wird fliehen nach Salzkotten zu und nach der Heide hin. An beiden Stellen wird eine große Schlacht geschlagen, dass man bis auf die Knöchel im Blut erwarten wird. Die ihn aus der Stadt verfolgen, mögen sich hüten, über die Almebrücke zu gehen. Denn keiner, der hinübergeht, wird lebend zurückkommen. Der siegreiche Fürst wird in dem Schlosse zu Neuhaus, das wieder instand gesetzt werden wird, seinen Einzug halten. Bekleidet von vielen Volk mit grünen Zweigen auf den Hüten. Auf der Johannesbrücke vor Neuhaus wird ein solches Gedränge sein, dass ein Kind erdrückt wird. Währenddem wird in dem Rathause und vor demselben eine große Versammlung gehalten werden. Man wird einen Mann vom Rathause herabgeschleppt bringen und ihn vor demselben an einem Laternenpfahle aufhängen. Wenn das alles wird geschehen sein, dann wird eine gute Zeit sein im Lande. Das Kloster wird wiederhergestellt und es wird besser sein, hier im Lande Schweinehir zu sein, als da hinten im Preußenlande Edelmann. Zitat Ende Meine lieben Zuschauer, den elsischen Jungen hier aus dem 18. Jahrhundert habe ich für euch zitiert, um die Playlist vollständig zu machen. Es ist überhaupt kein Verweis darauf zu finden, zu welcher Zeit das war bzw. sein soll. Wenn du mehr über den elsischen Jungen weißt, schreib es doch gerne in die Kommentare. Danke für eure Aufmerksamkeit, eure Angie Danke für eure Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020